Hi und willkommen zurück. So wenn ich mich jetzt richtig gezeigt habe, ist jetzt die letzte Folge für diese Staffel. Da haben wir eh schon die Chat im Grunde sind. Nur das ist ja der Bombardier, oder? Das ist nicht ganz deutsch. Da haben wir dann mal die Montagen, die wir jetzt mal bauen. Und den folgt man echt eher. Ähm... So, ich muss ihn jetzt sehen. So, das wird eh doch immer sein, oder? Na, jetzt sind wir auch anders. Ähm... Ah, das werden wir da jetzt zerbauen. Ah, da, da, genau die. Die ist ja ML, genau die. Ich mag ja auch. Die sind der von Siemens, da will ich wegtragen. Warte einmal. Da will die jetzt wahrscheinlich... Ähm... Wahrscheinlich die da nehmen. Die sind für O ist 3,5. Ähm... Die vorhin im Schluss, weil sie dann auch 160. Ah, die vorhin sind ja noch 140. Na, weil die alte, die alten, die, die ist ja Klassik. Die vorhin noch 120, ne? Sonst... Na, wie schaut's aus? Äh, na... Da passen noch mehr Leute rein. Pff, passt perfekt. Ja, aber ich mein, die sind schon schön, ne? Ich muss sagen, das ist das von mir echt viel. Also, das ist das von Siemenschen. Das ist das Weißrote. Also, es hat für mich ein bisschen was, ne? Ähm... Irgendwie hab ich so... Und das ist es viel gehabt, so... Am Anfang von dieser Zeit, wo halt eben die ÖBB-Wort-Marke eingekommen ist, dass irgendwie, ausgereicht jetzt der Wildsched, irgendwie alle Designs ein bisschen sehr langweilig ausschauen, ne? Ganz wohl noch ein bisschen mehr machen, oder? Und da will ich da jetzt euch auch schon was abliefern. Ich mein, da sind... Mit der Stadt sind wir auch noch nicht ganz voll, oder? Die E-Messl. Das ist halt noch was eigentlich. Und das hab jetzt aber eh schon so verteilt. Ach boah, geil. Die haben das jetzt wirklich da... Nein? Da war... Das war ja noch... Das war ja am Anfang, wie wir die Linie da gebaut haben. Hab ich da... Aber ich hab das da gebaut. Und da waren aber da die Exaktiv-Boer, die waren noch leer. Das heißt, die haben sie jetzt weiter gebaut. Also... Also dran geklutzt. Und... Boah. Der ist schon geil, Mondane. Die ist grad zu wotst. Na, übrigens, weil... Unser Aukot jetzt, dass er jetzt steht. Über den Dunkel, irgendwie alles durch die Wunden. Das ist mir echt immer mehr... Hochweise. Das ist... Das ist vielleicht brauche die noch ne Linie. Wo... Geht da noch, bis ihr was her liefert. Aber wo geh das aus? Die sind immer wieder anzuschieben. Also wenn sie noch zu. So... Die ist noch zu. Noch ein bisschen mehr, die weiß, oder? Dann mal schauen wir mal, ob der jetzt das alles mit ihm kommt. Und da haben wir auch Besuch, so dass ich wieder die nächste. Und da der nächste. Oder da. Bist du mir immer weiter füllen. Und ich brauche hier. Und dann sollten wir uns hätten. Und da ist es schon fast amazing. Ich glaube, es ist so, was ich sehe, weil es passt. Ja, ich habe gedacht, ich werde nicht sehen. Ja, ich habe gedacht, ich werde nicht sehen. Also, es geht, glaube ich, manchmal schon. Ich höre jetzt, was du da kriegst. Du kriegst ja, wie du jetzt was, oder? Ja, eben, da ist ein Maschmull behundert. Nur durch den Zug, der da was anliefert, über das Ölterminal. Okay, und so, ich sehe es nicht. So, ich habe das. Für ihn noch passt jetzt gut. Guck mal. Was hast du noch jetzt rum? Jetzt schaue ich irgendwie gut vor. Ich glaube, es ist eigentlich mal wiesch. Okay. Es ist komisch, dass du steht, dass du so viel wartest und dann macht er den. Den hat er trotzdem nicht voll. Tsssss. Es ist ein bisschen komisch, oder? Oh, es wird nicht von einer anderen eine essen und einer anderen eine. Okay. 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 So, okay. So, okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und das war's. Ich nehme ihn aus. Jetzt nicht gleich, er wird auf uns gleich natürlich, weil ich sonst zuvor habe. Sonst mehr so dreieckig. Ah, der Mars West. Ah, für eine Wabelschiff. Ah, für eine Wabelschiff. Ah, für eine Wabelschiff. Naja, das hört ein bisschen von vorn aus, wie die, die wir haben. Ich bin nicht, aber jetzt ehrlich. Ich bin eher nur von vorn, bin ich. Die sind ja mehr so, weiß ich nicht, so wie eckig. Ich habe weniger, außer steht ich mir einmal. Die sind ja noch so, wie die sind. Ja, das ist kein Wabelschiff. Ich bin nicht mehr so, wie sie es ist. W coms ich nicht mehr? Ich bin ja nicht mehr so, wie die Sinds? Ich bin ja nicht mehr. Ich bin ja nicht mehr so, wie meine Steine. Ja, da haben wir die. Ja, da haben wir die. Und da haben wir die Karte. Desen noch mehr? Ja. Gehen wir nachher hier auf, hehehe, jetzt gehen wir lauter hier auf, hehehe, jetzt gehen wir lauter hier auf, hehehe, jetzt haben wir schon nach 18, obwohl es spielt ja nicht nur, aber, nein, man drückt, eigentlich sollte man ja jetzt 17 sein, ne? Ja, die sieht eigentlich schlecht aus, ich glaube, die sieht so aus, wie geht die, die wir haben jetzt? Ja, jetzt kommt mir da so Angst, oh weh, nach vorne, ja, ja, jetzt schaut sie schon aus, ja, jetzt haben wir sie die weg, hehehe, jetzt können wir sie einsetzen, dann müssen wir nicht mehr warten, bis da alles weg ist, da. Hm, kann sich verwalten? Na, warte, da nehme ich den Anzug, äh, die auch nicht, doch, das muss man da vorverschieben, na, warte, vorgedracht ich, da nehme, na, schaut mal kurz. Ich denke, da habe ich den Rat grandfatmen, das passt. Da hat er die weg, dann. Dann mache ich... Äh, na, passt. Jetzt habe ich ihn wieder schauen, die ist ein bisschen länger, gut bei so vor. Da bin ich schon mal näher als einmal da gewesen, am Hafen. Die Sparkasse Uhr ist frech, hab denen eine eigene Linie oder was? Da kommt die endlich wohl raus, da? Da habe ich keinen Bärschneider. Da bin ich zu schwer für euch, aber ich werde nicht Zeit lang nehmen bleiben. Aber ich finde nicht, dass wir hauptsächlich dort Motiven haben. Ich habe jetzt auch meine neue Strafe morgen gedacht. Aber ich hoffe ich echt sehr, sehr viele Lokomotiven. Jetzt sieht es auch gerade aus, dass ich eigentlich andere Schuhe vorgehebe. Ich weiß nicht, ob ich es aber falsch habe. So, die Katerie. So, die Katerie. Jetzt, was ich jetzt anschauen möchte. Ich habe immer die Zahlen von der Ebrow für die Weife und der Deutschen fahren. Ebenwie ist es immer so 10.44 oder 11.40 oder 10.42 oder 11.40. Mir wirkt es jetzt nur ein bisschen logischer. Oder 20, was gibt es 20? Ja, das ist so glücklich. Ne, jetzt kommt es wieder auseinander. Ja, es ist jetzt bloß noch. Bitte, ich gehe. Kein, dass du willst. Und jetzt verlebe ich nur ein bisschen. So, es ist ja ein bisschen gut. Genau. Ich weiß nicht, dass du dir nicht. Okay, einfach kein Focke mehr machen, weil wir da mal vielleicht Licht haben, dass ich da was umstehe, obwohl eigentlich, ja, ich dürfte es ja nur beim Aufnehmen. Achso. Wir müssen versuchen noch ganz raus zu gehen. Ja, man merkt sie. Die ist zwar nicht gut. Oh, ich will überstehen. Geht sie jetzt mal, ich schreibe? Ja, ich bin ein bisschen hoch hintert von mir. Ich weiß es auch nicht, ob Schelf mit Money ins Happen nicht geht. Und ob ich komplett aus dem Game nicht vertreten. Ja, ich muss sie probieren. Ich bin von vorne. Ich bin von vorne. Ich bin von vorne. Oh. Ich bin von vorne. Ja. Das ist immer ganz geheuer. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Ich sollte was machen. Da bringen sie es ja immer wichtig. Wenn man mit Steam seine Fotos macht, dass man einen Ordner setzt für die unkompromierten Blüder, weil die von Steam sind kompromiert und ordentlich kompromiert, doch, jetzt probieren wir es mal. Ob das jetzt hilft, wenn man kurz rausgeht? Aber meistens in den meisten Spiele bringen sie meistens noch, was wir machen mit. So cool. Ich habe mir gedacht, es wäre echt cool, wenn man quasi mal nur noch die Oberfläche machen müssen, wie zum Beispiel man einmal sagt, man möchte einen Bus machen, wo eine Mehrung aufsteht oder ein LKW, wo nicht viel mehr oben steht, dass man nicht mehr den ganzen LKW machen muss, sondern nur noch, ich meine, außer man würde ein neues Modell ins Spiel reinbringen, aber jetzt nur noch so machen, dass man quasi die, also man macht quasi nur an das Re-Paint, wenn man so eine Baumel hat, dass man quasi nur noch das Bild leicht rechnen muss, nein, das sind die richtigen Herbstes werden, einiges leichter für die meisten Maler. Ich bin auch ein klein, zwei, drei, zwei, drei, 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 vier, drei, drei, vier, drei, vier, fünfhörer. Ich bin auch ein sehr, wie Sie sehen können, dass man sich das heute alles mit ein Problem bringen kann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Natürlich gibt es fast alle Lokteile bei der ÖBB, auch bei der Deutschen Bahn, obwohl wahrscheinlich nicht einmal alle, aber wahrscheinlich die meisten, obwohl ich hoffe dafür, dass die Deutsche Bahn jetzt auf Bombe T steht. Wir sind jetzt doch in den letzten paar Jahrzehnten ziemlich Siemens-lastig, wenn man denkt. Das ist doch ein typisch Fototeip, als Siemens kommt. So wie die Taus oder irgendwer, die weggetan. Oder der City-Jet. Ich meine sicher mehr Bombe T-Sachen. So wie ich. Ah, schön, das ist in der Nächste. Ich weiß, wie ich das noch haben. Warum ist das da nicht noch? Obwohl, da ist wieder Nächste. Und ein paar Mal, das lang geht jetzt nicht mehr. Ich hab dann gedacht, woher ist das? Ich hab dann nicht mehr Spaß gemacht. Das ist ein bisschen schützt. Ich denke, ich bin zu weit. Und das ist ein bisschen schwer. Ich habe jetzt schon wieder diese Fahrt und streren. Ja, ich habe jetzt noch ein paar Runden mitmachen. Jetzt kann es das hier so. Der K Ist das jetzt sehr schnell. Ja, ich habe jetzt mal so sehr, ich bin zuvor. Ich habe jetzt schon wieder gekauft. So wie, ich bin mir hier ein bisschen weiter an. Wenn es das schon wieder einmal geht's, So sieht jetzt das aus, im Moment auf dem Marschen. Für den... Okay. Musstig, dass wir da mehr haben. Aber wir haben wieder ein bisschen gebaut, wird auch heute ein bisschen was zuschnitten. Ja. Da könnten sie auch noch bisschen was bauen, oder? Da so. An einem Ufer. Das ist ja... Wenn wir sind da ein riesigen Flugplatz, oder sowas erst könnten. Dann könnten sie da gar nicht so bauen, weil wir da einfach noch ein bisschen wegschützeln. Da so, da so. 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 Gibt ein Leid. Gibt ein Leid. Dann haben wir ein Stück Platz. Dann müssen wir noch einmal spreitschen. Dann bauen wir dann das Tuch auf mich ein. Und sagen, irgendwo wird er genutzt. Ja. Mal so vielleicht, ja. Passt. Zuerst mal Flughofen. Ich glaube, dass ich halt Flugzeug werde eh. Wenn ihr seht, was ich schon immer sagen muss. Oh, der ist ja. Der ist mir doch einfach viel zu groß, bitte. Oh. Das war das Hauptgebäude. Das ist das Ski. Glitter. Andere. Heuer. Und der sieht ja jetzt nicht schon noch aus. Also der sieht ja ganz tief noch aus aus. Und der sieht ja ganz tief aus. Und der sieht ja ganz tief aus. Und der sieht ja ganz tief aus. Aufmerksamkeit ist, Das ist ja schon mal zu besitzen. Wie ist das denn? Das ist ja? Das ist ja auch... ... ein, das sieht ja aus. Und dann... ...nach war es ja schon bald. Soll ich... Ja, ich glaube es sind ja auch ein paar Menschen. Geht hier auch mal für eine... ...und eher an Ein- ...und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und-und. Ich finde das ist einfach ein bisschen zu krank, ne? Ich meine, ob man das so denkt? Ne? Wir bauen damit aber wirklich um zu machen, dass man quasi extra sagt, weil wir den da bauen und man baut da extra noch, von den nächsten paar Städte extra noch dann ein, äh, ne? Ein Cut, also wie heißt der Kerb, äh, ne? Wie heißt der, wie heißt das Kerb? Dieses Zug zu, also Zug zu, Zug zu Airport. Genau, das möchte ich extra noch einmal, überall noch einmal extra, äh, also hier macht, so eine umgehenden, extra noch, also eine Benue baut, so extra noch einen Großbahnhof, von den paar Städten, die da noch sind, und dann eben da einen Flughafen. Weil sonst fällt sich der raus, weil, bitte, pfff, wo soll der denn auch hinhauen? Das ist ja bitte immer, wenn man denkt, so ein Flughafen der immer, der versucht das, wie ich das oder, ich meine, mach ich den jetzt da so. Oder? Ich glaube, ich hatte gerne, möglichst noch einen Bahnhof, weil da könnten ja dann möglichst, ähm, alle, viele von, von die anderen, irgendwie fliegen, ne? Geht nicht. So, schaut's aus, ja gut, das haben wir jetzt bis weiter unten, da wie die Wege und da bis wieder runter gehen. Ich weiß nicht, wort er mich abnehmen? Ich denke mal, Königbrunnen? Ich bin auch nicht beim Markt gekommen, oder? Nein, passt eh noch, kannst du gar nicht mehr. Kannst du gar nicht mehr herliefern eigentlich. Also weshalb das runter geht eigentlich, hätt's doch mehr noch was dazu machen mit dem Brot. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist das auch nicht mehr her, oder? Ich weiß nicht, was ich noch nicht mehr so mache, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich mit mir schon hatte, dass ich noch nicht mehr so mache. Mö... Okay, da haben wir jetzt Müffi... Ach, da haben wir jetzt Müffi. Mö... 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 Öl und sowas, oder mei? Es ist aber auch mal... Äh... Gebäude. Mö... 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 Da mei... Saug' n'es einfach mal mal. So, am besten da... Ich hab' mich da schon mal... Probier' noch vielleicht gleich zwei... Mö... 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 Na, oder mei, da so irgendwie... Und dann nicht vielleicht... Mö, da ne haltet... Ne, da noch... Da noch... Mö... 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 Da vielleicht noch so... So, oder mei... Drei mal... O... Mö... 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 Da noch... Tsche... Die dann mei... Mei... Mö... Mai... mei... Mö... No... Mö... Mö... So... Mö... X... Mö... Da auch sollen wir noch mal vorbeischauen, und da und da auf jeden Fall noch mal. Und meintöchtlich könnten wir auch schauen, dass du oder man da ist ja im Wohnen. Auf nein. Nein, da fährst du ja oben. Oh nein. Da wir wissen, wie viele Fahrzeuge haben wir da im Wohnen. Bleibt 10 Uhr. Sonst hätten wir das da. Wenn ich zum Wohnen da so einschüttelassen warten, denn was gibt, da wird sie nicht ansonsten. Aber vorne. Obwohl, da ist eh gerade anders. Da war auch gewesen, wie ich. Ja, da wird gerade noch vorne sein. War eh. Also da müssen wir Hilfe noch, da kommt noch Hilfe. Da können wir 5 auf mehr gebrauchen. Also auf, da nicht absteigen. Und rüften. Dann wollen wir nochmal rübsch schauen. Nein, das ist nicht so rinklig. Jetzt muss man sich denken, boah. Die haben wir echt schön drauf. So, wenn man denkt, wie groß die Fahrzeuge war. Das war ja am Anfang nur so. So unten und unten. So ein bisschen Wasser runter haben. Und das ist doch ziemlich schnell eigentlich. Hm. Hm. Wo wären da noch? Wenn da oben ja eigentlich auch nur. Wie? Da oben ja auch nur. Und dann wird die Mälfte. Wo ist denn das jetzt? Das letzte. Nein. Ich fahr da doch eh sogar alle. Der Marino. Nein, ich fahr da eh. Nein. Natürlich könnte er nicht. Komm mal. Auch Nummer 9. Da auch noch was dabei fahren. Oder vielleicht einmal. Vielleicht da so. Ich fahr da so groß irgendwie gut. Ja, und weiter mit einem Schlauchflecht zu. Ja, da hat man auch das unten. Ja, das nimmt doch die Wette doch anstehen, bevor es passt. Fast. Ich meine, da hat man noch einen Haufen Zeichs noch. Ja, da hat sich ein bisschen aufgebaut. Und. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Eben, egal, wahrscheinlich meint er damit, dass wir es zu 100% nie von uns rauskennen. So, was schaut's jetzt aus? Jetzt kann mir das... Ja, es steht noch immer dran. Ich glaube, die mussten mit dem Zug nicht wohl auch können. Ich bin sehr gut, ich bin sehr gut. Und ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. Vielen Dank.